Naja, ganz logisch, wir machen natürlich Smog weg und zack, hat Biss erlernt und wir haben sie gebasht. Joa, Kinkerland, nice one, Level 30, cool. Oh, jetzt sind sie alle Level 30, dann soll FireDoc das jetzt auch mal schaffen. Ja, tatsächlich noch ein bisschen Platz im Beutel. Ha, nein, schon wieder nicht. Man, ich feile gerade ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Quick Lore. Okay, dann kannst du ja hier mal weitergehen. Bam. Hallo. Du kriegst jetzt einen Hitze-Koller und dann noch einmal Glut. Boah, das reicht. Mein Gott, das ist epic und 24. Geiler Part. Das waren die geilsten 50 Sekunden meines Lebens. Nee, Spaß. Die geilsten 50 Sekunden meines Lebens waren wirklich die, wo ich Shiny wie Pietis getroffen habe. Das war Epicness. Und jetzt gehen wir uns mal ganz kurz... Okay, das ist ein bisschen schwachsinnig, aber wir gehen uns trotzdem heilen. Ähm, Moment hier, mal rechts lang. Zack. Äh, wir müssen jetzt die nächste Arena bestreiten und... Machen wir die so? Ähm, Moment. Okay, ich wollte erst mal ganz kurz was verkaufen. Ich glaube, wir haben wieder was zu verkaufen. Stardust. Und Nugget. Zack, zack, zack. Und jetzt holen wir uns nochmal ganz kurz. Na, raus da. Zack, zack. Ah. Na? Protein und Carbon Speed. Okay, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Okay, Attack und Speed. Wer hat denn hier den höchsten Attack? Garantiert nicht. Er hier, er hier natürlich. Ja. Mein Kinger Land kriegt jetzt Protein. Bam in dein Face. Bam in dein Face again. Und jetzt haben wir einen super... Boah, Stärke doch nicht. Mann. Oh yeah, 87 Angriff. Geil. Und jetzt noch Speed. Wer ist denn schön schnell? 63, 65, 72. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ja, okay, das machen wir später. Das machen wir mit Doni nachher im Team. Aber jetzt gehen wir erstmal, ähm... Äh, jetzt gehen wir erstmal Mäuse... Äh, Mäuseschlacht, wollte ich schon sagen. Äh, wartet mal kurz. Ich speichere ganz kurz. Zack, 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 zack. Bis gleich. Na, nun, da ist er wieder. Back to the Roots. Und da sind wir wirklich wieder. Äh, in Blütenburg City. Und wir sind hier in der Arena unseres Vaters. Und, ja, hier hat Nintendo natürlich gepatzt. Und nicht übersetzt. Und jetzt machen wir hier den Kampf gegen den Ärzten. Ich hab ganz... Inikoro. Inikoro ist mit Bies böse dran. Und das Speed... Oh, nö, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Oh, böse. Oh, da machen wir mal kurz Halper Speed. Scheiße. Das ist jetzt strategisch episch von diesem fucking Viech. Jetzt, das... Oh, das hat fünfmal... Oh, das macht mein ganzes Team fertig. Näh, oder? Näh. Näh. Leute, 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 Leute. Entweder bin ich ein Noob, oder, ähm... Kein Plan, aber übertreiben die es da gerade ein bisschen. Also, ich meine, okay. Inikoro ist ein Scheiß-Pokemon. Das... Sollte die alle da draußen zugehen. Ich geh lieber rechts lang, ey. Das ist mir nicht geheuer hier. Was für ein Gaylord. Das war gerade... Ey, warte mal. Das war doch gerade eben ein Junge, oder? Darf ich mal kurz gucken? Du Gay! So! Grab dich mal ein, Alter. Gaylord, Alter. Inikoro, Alter. Weiblich. Okay, ähm... Das war jetzt gerade meine Meinung hinzu. Ähm... Okay, und jetzt wäschen wir diese Pussy, und die hat bestimmt... Die hat noch einen Inikoro. Alter. Hitzekoller. Weg mit dir. Ich hasse dich. Scheiße, Inikoro. Wir gehen jetzt erstmal ganz rechts. Zack, zack, zack. Joa, das sieht schon netter aus. Hitzekoller. Nein, Spaß, Mann. Was? Greifst du fünfmal an, du Sau? Wow. Die dürfen nicht... Boah. Man heilt sich der Spaß auch noch. Genau, Leute. Und, äh, da wir Hitzekoller eingesetzt haben, musste ich mich wieder heilen. Weil AP. Mann, Leute, es tut mir wirklich leid da draußen. Ich hasse es auch, um ans Pokémon-Zettel zu gehen. Und... Aber ich will die Potions nicht für so einen Scheiß verbrauchen. Ja, ein Pokémon hier, ein so ein Vieh, ja, überlebt. Und dann heißt es mal wieder, das ist meine Schuld. Seht ihr mal? Es hat mich, äh, nix gekostet gehabt. Und ja, wir wollen endlich mal, äh, ähm, es ist doch... Genau, das ist Giftblick. Muss ich grad mal überlegen. Joa, das ist besser als Schlecker. Nee, eigentlich nicht, aber ist auch egal. Ähm, ist das gleiche eigentlich? Joa, egal, sieht schon ein bisschen besser aus. Ich mach mich mal. Okay, ähm, waren wir hier schon? Hier waren wir schon, oder? Das war doch dieser Gaylord. Nein, das ist noch einer. Ah, Sengu, unser Gegner, unser Kollege Sengu. Äh, der kriegt Biss. Boah. Dann Glut und dann nochmal Biss. Ah, 54 KB mit einem Angriff. Den haben wir aber gebasht. Hilfe. Okay, den haben wir gebasht. Achso, ja, One-Hit-K. Oh, das war das also. Die haben wir gebasht. Jetzt bashen wir den hier. Nee, den haben wir auch schon gebasht. Ah, cool, das läuft ja ganz gut. Dann den hier noch. Zack. Einmal Hitz. Golla. Das war knapp, aber wir haben's geschafft. 28. Weiter geht's. Die Pussy noch. Ja, sorry, für diese Kraftausdrücke. Aber, oh, schade drum. Was auch immer du für ein Item gerade eingesetzt hast, fail. Warte, was war das? Strange. Okay. Dann hätten wir dich. Dann haben wir dich schon. Okay, das wäre dann, glaube ich, schon alles an Training. Ich glaube, wir... Was hat der denn? Normal-Pokémon. Ja, warte mal. Da hauen wir gleich nochmal rein. Oh, lol. Wie schnell man hier rauskommt. Wir heilen uns noch einmal. Ich würde sagen, wir holen mal ganz kurz Doni ins Team. Für den Fall der Fälle. Ne, ihr wisst schon. Hehe. So. Zack, 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 zack. Sklave raus. Hier rein. Und wie es weitergeht, ne, das seht ihr erst im nächsten Part. Lol. Nein, Spaß. Gleich, das seht ihr gleich. Aha, aha. So viel Cola haben wir schon. Ja, dann würde ich mal sagen, ready to rumble. Ja, und so weiter. Relaxo. Ruffi. Wie fett das Viech ist. Ruffi, Ruffi. Äh, ja, was machen wir jetzt? Hitzekoller. Ey, Mann, ich bin so ein Noob, ey. Nein, Spaß, aber wir setzen einmal Hitzekoller ein. Das sollte so die... Boah. Scheiße hält das Viech viel aus. Och, nö, ey. Alter, relaxo, du Arschgeigenviech. Ja, das wird jetzt epic. Wir setzen mal ganz kurz Reflektor ein. Bam. Blim, blim, blim. Ja, jetzt bist du zum Arsch, mein Freund. Relaxo, das hilft dir jetzt alles nichts mehr. Ich will jetzt einmal Psybeam. Dann, 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 dann. Mann, wie oft will ich das noch einsetzen? So, Reflektor wirkt. Wir haben jetzt ein paar Opfer gebracht. Ja, jetzt können wir eigentlich reinhauen, ne? Wie oft willst du das noch einsetzen? Du Schweiß, du Schweißer. Nein, Hyper Potion. Das ist echt... Boah, warte, ich mach das mal ganz kurz zum Hyperspeed. Okay, 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 Leute. Jetzt raste ich aus, Alter. Biss. Boah, das reicht nicht. Ah, ja! Shiny Viper hat alleine gebashed. Das ist sowieso schneller. Das ist natürlich fail. Dann machen wir Päusen-Tail. Boah, zieht das viel ab, Alter. Fuck you. Ja, ich kann nichts machen jetzt, außer kurz reinhauen. Stärke. Mann, du Wichser. Ach, ne, das ist mein Vater. Entschuldigung, kann ich gar nicht beleidigen. Ich mach das mal ganz kurz zum Hyperspeed, weil ich will mal was testen. Es nennt sich Quick Attack. Oh, das ist überlebt! Alter Schwede, mein Freund. Mal kurz gucken. Okay, das Viech haut rein. Das Viech namens Vater haut rein. Ah, scheiße, Mann. Ja, okay, wir sind ja auch ein bisschen low-leveled für diese Stelle. Ich glaube, wir sehen uns im nächsten Fall wieder. Ich weiß nicht. Boah, die Hälfte verloren. Wie geil. Was soll ich machen? Geht ja nicht anders. Äh, dann bis demnächst. Tschö! Oh, Shigi. Ich suche jetzt auch einen Shiny. Eine Minute haben wir Zeit. Also gucken wir, ob noch ein Shiny auftaucht. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Grubby. So Tuchzel. Ah, Mann, ey. Mann, 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 Mann. Wie soll ich das jetzt machen? Weiß immer noch nicht. Na doch, das werden wir dann noch sehen. Äh, ciao, Leute.